So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir endlich wieder in unserem Haus zurück und möchten jetzt Clementine suchen, der irgendwie verschwunden ist. Clementine? Clementine? Ich weiß keine Zeit um die Hände zu wägen oder was. Da ist immer Zeit vor. Hallo? Was machst du? Oh, du weißt, nur aufhörst. Du wirst nichts finden. Wir haben bereits aufhörst den Ort. Du wirst überrascht, was die Leute missen. Ich glaube, ich habe das seit einem Zeitpunkt gemacht. Wo ist Clementine? Keine Frage, ich bin nicht die Hände. Hey, ich sehe, dass ich in der Lage bin, um mich zu spüren? Wo ist sie? Unden? Unten? Ein College-Boy. Ben! Ben! So! Wenn ich dann Ben in die Finger kriege. Ist das Ben? Kenney? Oh, hey, du hast es zurückgekommen. Guten Job. Guten Job. Guten Job. Was in der Hölle denkst du, du machst? Was sieht es aus? Wie sieht es aus? Wo hast du die Mottel bekommen? Wo hast du die Mottel bekommen? Ich habe es gefunden. Die erste gute Sache, die seit... Hey, mach es einfach. Ich denke, du hast genug gehabt. In der Hölle mit dir! Verlust. Wo ist das? Wer wird alles nicht helfen. Ja? Welch ist das? Wir sind veriht! Wir sind nicht ganz am Aus. Wir haben noch eine kleine Chance. Das ist nicht nur ein paar Böse, in Savanna. Keine Weg raus. Wir haben alle Wachler rund um uns. Das wunderschöne Böse mit uns. Hell, wenn es jetzt nicht Zeit für einen Drink? Eieieiei Genau, du sagst mir jetzt erstmal wo die Clementine ist Ja, du sagst mir alles auf mich. Omii machte ein Turn für die Wurste und Krista fragt mich, um mich zu helfen. Ich bin sorry, ich mache das beste, was ich hier kann Sie war frantisch und Dinge wurden ziemlich verrückt. Ich sagte Clementine zu bleiben, was kann ich noch machen? Keine Entschuldigung, nur sag mir, wo sie jetzt ist. Ich glaube, sie ging raus in der Backyard. Auf ihrem eigenen, mit niemandem zu sehen? Mann, du kannst mich weg, sie ist gut. Äh... Alter, das ist doch... Kommt man sich vor, ob man der einzige wäre, der noch ein klein wenig Vernunft im Kommen hat Clementine? Clementine! Alter, ich bin schon am Ausraschtern. So... Ich habe dich nicht aufregelt. Ne, ne? Ich habe dich nicht aufregelt, ne? Beine! K- Clementine? Alter, wo ist die? Du hast doch gerade was bewegt. Oh Gott. Was macht... Ich glaub's nicht. Heilige Scheiße. Genau das ist das, was ich auch sagen würde in dem Moment. Tja. Aber nicht zu glauben, oder? Wie viel Glück kann man eigentlich bitte haben? Tja. 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 Ach, jetzt hat er auch noch Infektionen. Antibiotika, klasse. Tja. 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 Ja, mit Gewalt. Das wäre vielleicht nicht ganz so gut ausgegangen, denke ich mal. Genau, das war Zeichen des Himmels, deshalb müssen wir jetzt da hinten hin. Und uns die Sachen schnappen, bevor... keine Ahnung, bevor es auch immer... Das ist klar. Das ist natürlich gut. Ich habe gesagt, dass du in deinem Zimmer wirst. Wie lange hast du da? Es wird gefährlich sein? Was wird gefährlich sein? Crawford. Ach, scheiße. Nein, keine Angst. Wir haben eine gute Planung und gute Leute. Wir werden in und raus, bevor sie auch wissen, dass wir da sind. Verrückt mir, nicht wahr? Ja. Das ist meine Frau. Ich denke, wir müssen bereit sein. Oh, was jetzt? Äh. Du sagst, du brauchst uns alle, um das zu tun. Und du sagst, dass ich eine große Hilfe bin, nicht wahr? Molly sagte, Crawford ist der einzige Ort in Savannah, der noch hat Menschen. Das bedeutet, dass es dort meine Mutter und Vater sind, nicht wahr? Hm. Ach, scheiße. Da hat's natürlich auch wieder recht. nehmen wir sie mit so wie das Omit am Schluss verreckt und so beißt oder so scheiße nehmen wir es lieber mit ganz ehrlich hat jeder seine knarre natürlich kann das helfen na scheiße zack da waren es zwei zu viel okay na menschen zu kennen Ja, coolen Ball, danke. Besser die Feuerwehrachs, ist handlicher. Wobei die Feuerwehrachs, keine Ahnung, wo habe ich die eigentlich verloren? Irgendwo auf dem Weg, da ist irgendwie, ne, flötengegangen. Ah, ich glaube bei den Kannibaren, glaube ich. Und gut. Ja. Ich gehe natürlich wieder vor, als mutiger Typ. Ah, klasse. Ich wollte erst mal ein bisschen rauslugen. Ach du Scheiße. Also zentraler kann man auch nicht mehr rauskommen. Das ist ein Thema, das uns keiner sieht. Ja, ha. Das ist ein bisschen verrückt. Ich glaube, ich sehe einen, da hinten, bei der Tür. Okay, ich und Kenny kommen, versuchen ihn rauszuhren. Die resten von uns warten für unseren Signal, dann folgen uns weiter. Jeder hat es? Okay, Kenny, wir machen das, ruhig. Keine Schreiber, wenn es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Das ist doch ein Walker. Die sind überrannt worden. Das ist natürlich klasse. Dann haben wir schon mal kein Problem mehr mit Wachläuten. Verdammte Kacke. Ach du Scheiße. Jetzt ist auch nach Crawford überrannt worden. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, wo geht's lang? Eine Glastür. Ja. Du denkst du, dass sie uns gesehen haben? Deine Meinung nach ist so gut wie meine. Was ist hier passiert? Ich dachte, dass dieses Ort sicher sein soll. Was immer passiert, glaube ich. In der Ende des Todes immer gewinnen. Oh Mann, wir sind so schrecklich. Nein, das ist gut. Es ist alles vorbei. Wir müssen diesen Ort jetzt verlassen. Nein, das wissen wir nicht. Das Problem ist halt nur, dass Klemm dabei ist und dann würde ich die nicht unnötig in Gefahr bringen. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Tja. Nicht nur du. Oh, sie da. Eine Tür mit dem großen roten blutigen X. Lasset sie uns öffnen. Das ist wieder so. Just keep moving. Hier. Hier. Schaut. Sieht gut aus. Ja. Ja. Was man auch immer als gut bezeichnen kann. Damit ist es keine Ahnung. Ja. 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 Klar. Dann wird er 20 vor 2 erst. So. Gut. Jetzt. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Äh. Klasse. Tja, gute Frage. Wo suchen wir? Wo wäre es der beste Ort, um eine Medizin zu suchen? Hier. Die Medizin. Sie haben ihn als Medizin verwendet. Wie wissen Sie das? Es macht Sinn, nicht wahr? Irgendwie schon. Das macht natürlich Sinn. Benzin. Klasse. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Genau. Dann geht die Medikamente. Ja. Ja. Okay, wir haben ein Plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Viel Glück, ja. Okay, also klar. Ich hol dann die Batterie. Die übernehmen das Benzin. Und die anderen die Medikamente. Gut. Was ist das? Was kann ich machen? Ich brauche, dass du hier mit Ben und aufhörst. Ich stehe dich vor. Ich stehe dich vor. Okay? Das ist gut. Dann müssen wir die. So, zeige ich mal weh. Batterie wahrscheinlich in der Werkstatt. Na, da. Die Frage ist nur, wo sind wir? Wir sind... Da. Würde ich sagen. Ist klar. Da vorne rechts. Dann wieder rechts. Dann direkt langs. Dann die Treppe runter. Da vorrennen. Und da rein. Okay. Das kann ich mir merken. Dann würde ich sagen. Holen wir uns die Batterien in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Und haut rein.